Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Hollow Knight. Mir ist gerade was super Dummes passiert. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich habe das Spiel deswegen beendet. Ich weiß allerdings nicht, wo es eventuell das letzte Mal auch automatisch gespeichert hat. Wie man sieht, ich habe hier die Nebelstucht noch ein bisschen erforscht. Da habe ich noch einen Slot gefunden, fällt mir gerade ein. Hier, für meine Talismanne. Jetzt habe ich einen Slot mehr, einen einfachen, da fuhr ich erst mal mehr Lauftempo rein. Ja, und bin jetzt, ach Mann, ich eire mich schon wieder zur Tode darüber. Und bin jetzt auf jeden Fall in diesem Leerarchiv angekommen. Letztendlich hatte ich hier auch schon ein bisschen erkundet. Und ich habe auch den Boss, der hier unten gewartet hat, schon besiegt. Und jedes Mal, wenn ich hier runtergehe, denke ich auch, ich würde auf dieses Ding da drauf fallen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ob er das gespeichert hat, dass ich diesen Boss da besiegt habe. Oh Gott, ich renne hier gerade den längeren und ungünstigeren Weg. Es wäre cool, wenn er den Boss nicht gespeichert hat. Dann könnte ich ihn jetzt nochmal machen. Und es sieht mir auch fast so aus, weil mein Schatten hier rumrennt. Der Boss war auch nicht so mega schwierig gewesen. Also auch hier drin ist nicht viel mehr. Links und rechts geht es jeweils nach unten. Hier war nicht viel zu finden gewesen. Und hier ist die Bosskammer. Ah, der Boss ist auch noch da. Herrlich, Leute. Dann habt ihr gar nicht so viel verpasst. Außer ein bisschen, vielleicht 10 Minuten Erkundung. Ähm, die ich außen rumgelaufen bin, um letztendlich hinzukommen. Der Boss macht immer wieder diese Britzelfelder. Ich kann ihn soweit auch gar nicht angreifen. Er macht diese stationären Felder, die überall sind. Oder ein Feld, was mich verfolgt. Das verfolgt mich jetzt, wie man sieht. Und ist auch eigentlich nur halb so wild. Und gleich kommt mir jemand zur Hilfe. Den ich hier auch schon getroffen habe. Da ist er. Oh, und derjenige sorgt immer dafür, dass der Boss angreifbar wird. Jetzt habe ich es verkackt. Eigentlich wollte ich ihn mit einem aufgeladenen Hieb angreifen. Und eigentlich auch öfters. Aber das ist es eigentlich auch schon. Das ist der ganze Bossverhalt. Man muss hier diesen Britzelfeldern ausweichen. Gerade dem Feld, was einen verfolgt. Er macht das random. Ach, er hat ihn schon wieder. Okay, das hat er jetzt doch deutlich schneller gemacht als sonst. Okay, die Phasen konnte ich bis jetzt nicht sehr gut nutzen. Oh, ich werde verfolgt. Oh. Man kann sie auch relativ gemütlich heilen in diesem Bosskampf. Also der ist echt angenehm. Deutlich einfacher als die letzten Bosskämpfe, die ich so gemacht habe. So, zack. Zack, zack, zack. Und so viel Leben hat er eigentlich auch nicht. Der Kampf, wenn man ihn dann einmal gecheckt hat, war relativ schnell vorbei. Beim allerersten Mal bin ich natürlich irgendwie gestorben, wo ich nicht ganz gecheckt habe, was hier abgeht. Dann hat er mich einmal dumm in eine Ecke gedrängt. Dabei bin ich dann auch gestorben. Aber im dritten Anlauf habe ich ihn dann auf jeden Fall geschafft. Mann. Das ist eigentlich immer das kritische. Richtungswechsel, während diese Dinger einen verfolgen. Das geht manchmal nicht ganz so gut aus. So, eigentlich müsste er jetzt auch schon so gut wie hinüber sein. Das hat echt nicht lange gedauert, letztes Mal. Oh. Die stationären Felder. Wieder stationäre Felder. Kann man auch wirklich ganz gut nutzen, um sich zu heilen. Oh, er hat ihn schon wieder... Aber diesmal erwischt er ihn super oft. Also mein Kumpane da. Letztes Mal hat das irgendwie... ...hat der Boss eigentlich immer mindestens zwei, drei von diesen ganzen Britzelfeldern gemacht. Aber jetzt kommt er ja maximal zu zwei. Meine Aufladung ging weg, als ich ins Wasser gefallen bin. Na gut. Okay. Irgendwelche Felder verfolgen mich hier. Oh no. Oh no. Ja genau, in so einer doofen Ecke stand ich letztes Mal auch und bin ich rausgekommen. Da bin ich dann tatsächlich auch einmal dran gestorben. So. Ja. Und das ist es schon gewesen. Hallo Bosskampf. Also der war echt billig. Boah, ich bin Gott sei Dank... Gott sei Dank hat das Spiel nicht gespeichert. Das Spiel nicht, wenn man den Bosskampf schafft. So. Und jetzt war ich nämlich gerade dabei, hier zu erkunden. Und dabei ist mir aufgefallen... Oha, die Aufnahme läuft gar nicht. Es ist mir eigentlich in dem Moment aufgefallen. Aber es hätte mir ja eher auffallen sollen, weil mein Bildschirm vom PC ab und zu mal ausgegangen ist. Und ich meine, das verhindert OBS eigentlich zumindest. Oder es liegt daran, weil ich meine Energiespareinstellung immer umstelle und das auch vergessen habe. So. Ein Tank. Voll aufgeladener Fliegen. Das habe ich letztes Mal alles schon gesehen. Hier sind irgendwelche komischen Spiegel oder so, die irgendwelchen Kauderwelschreden. Von fehlen euer Überfluss, Schale, Außen, O, Innen, Platz, Innenfehler, eure leere Flüssigsubstanz. Keine Ahnung. Irgend. Irgendwas. Genau. So. Hier muss ich gleich letztendlich rein. Und da habe ich auch beim letzten Mal gestoppt. Da ist mir dann aufgefallen, dass die Aufnahme nicht läuft. Hier ist jetzt, wie gesagt, alles führt in diesem Gebäude nach unten, aber immer links und rechts. Also immer in so Rundgängen. Und keine Ahnung, hier ist der zweite Spiegel. Ich habe keine Ahnung, ob einem das irgendwas bringt, die Spiegel hier anzuquatschen. Man kann aber sonst nichts mit ihnen machen. Man kann sie nicht umhauen. Man kann mit dem Traumnagel nicht draufhauen. Oh Mann ey, dass ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken, ist mir auch schon lang nicht mehr passiert. Aber es ist nicht das erste Mal. Gut. So, hier hängt letztendlich dieser Träumer rum, diese gelehrte Forscherin, was auch immer. Und dieser Typ hier gleich nochmal an. Etwas glüht in dem Behälter. Etwas glüht in dem Behälter. Ah, da ist er. Rief sie also auch nach dir. Mir wird klar, dass unsere gemeinsame Ankunft kein Zufall ist. Obwohl ein großer Teil meiner Erinnerungen fehlt, kann ich mich an diesen Ort erinnern. In diesen Räumen versuchten die Gelehrte das Wissen des Königreichs zu lagern. Und in ihrem Zentrum lagerte sie sich selbst. Um Heilands Nest zu retten, wurde die Gelehrte willentlich selbst zu einem Siegel. Aber sie ordnete zusätzlichen Schutz für sich selbst an. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber ich habe dabei eine Rolle gespielt. Sie rief mich jetzt hierher, um diesen Schutz aufzuheben. Alles nur, um dir zu helfen. Fahne ich gerade in der Typ, ne? Ist das... Quirrell ist das nicht, oder? Kommt mir so bekannt vor. Allerdings sind das auch alles irgendwie Käfer hier unten. Nun, juhu. Zögere nicht. Sie ist es, die die Veränderung herbeisehend nicht. Sie weiß, was du tun wirst. Und sie scheint es zu begrüßen. Na dann. Hast du auch noch was zu denken? Kaum zu glauben, dass solch ein kleines Wesen das Schicksal des Königreichs trägt. Ist das so? Tue ich das? Eine Gestalt schläft in dem Behälter. Okay, es leuchtet auf, wenn ich dagegen schlage. Traumnagel. Traumnagel. Oh Gott, ich hoffe, hier kommt jetzt nicht der nächste fette Bosskampf. Das würde mich nicht wundern, weil dieser Bosskampf hier vor war echt viel zu einfach. Zumindest gemessen an den Bosskämpfen, die ich zuletzt gemacht habe. Dieser Rat und... Dieser Rat und Hornet 2. Die waren ja echt übel gewesen. Aber es sieht mir tatsächlich so aus, als wenn hier kein weiterer Bosskampf wäre. Für die Vielfalt ein Siegel. Und tschüss. Passiert hier noch was? Achso, halte. Fokus. So, jetzt müsste dieser schwarze Tempel oder was das ist, ähm, irgendwie offen sein. Aber das werde ich jetzt noch nicht angehen. Jetzt wollte ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen an den offenen Enden umgucken. Zumindest die, die man auf der Karte noch sieht. Hallo. Das Leben der Dame erlischt und mit ihr bricht das Siegel. Es ist schwer, was du versuchst. Aber ich habe deine Tapferkeit aus nächster Nähe gesehen und auch sie hielt dich für fähig. Mach dich also auf den Weg und lass mich noch etwas ausruhen. Jetzt, wo die Tat vollbracht ist, spüre ich mein Alter. Da ist Dackegange. Goodie. Ja, dann hätten wir jetzt, glaube ich, tatsächlich alle Hauptziele erledigt. Also die Dinger, die ich hier mal markiert habe, auf der vergessenen Wegkreuzung ganz am Anfang, die würde ich mal noch angehen. Die Dinger, genau, wo noch offene Stellen sind. Genau, ach, da kann ich aber nur von der anderen Seite rein. Die Nebelschlucht noch weiter erforschen. Vielleicht komme ich hier auch wieder Richtung Tiefnest und dann tatsächlich hier oben im Grünwald aus. Das muss ich noch machen. Hier unten im Tiefnest, da bin ich auch genau an dieser Bahn nicht weitergekommen. Da würde ich allerdings mit der Bahn von rechts rüberfahren. Ich glaube, das ist einfacher. Und das war es dann, glaube ich, auch so einigermaßen mit offenen Enden. Hier habe ich ja schon einiges wieder gefunden und erlebt. Die Frage ist, geht es da eventuell noch weiter? Man sieht ja da einen so einen blauen Bereich, wo der Farbgrund etwas anders ist, relativ genau mittig jetzt. Da sieht es mir ja fast auch so aus, als wenn da noch eine Tür oder sowas wäre. Ah ja, und da ganz oben könnte ich auch noch mal hin. Also so viel ist es eigentlich gar nicht mehr. Aber die Sachen werde ich definitiv noch erkunden, bevor ich mich zu diesem Tempel begebe. So. Wie komme ich jetzt hier am besten wieder raus und alle Gegner hier weg? Das macht so ein bisschen so den Eindruck, als wenn die ganzen Gegner hier weg sind. Ja, cool, cool. Boah, ey. Das war echt ein Schock gewesen, dass ich die Aufnahmetaste nicht gerückt habe. Und ich bin echt froh, habe ich glaube ich schon erwähnt, dass er nicht gespeichert hat. Dass hier nur so ein klein bisschen Erkundung fehlt. Aber dass der Boss auf jeden Fall doch noch mal drauf ist. Na ja, hier sind die Gegner wieder. Ja, sehr schön. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall weiter hier mal das Nebelgebiet, die Nebelschlucht erkunden. Und dafür müssen wir links raus und dann runter und dann links. Und dann habe ich doch das Gefühl, dass wir uns eventuell langsam dem Ende nähern. Aber das habe ich glaube ich vor zehn Folgen oder so auch schon gesagt. Kann das sein? So, da oben wollte ich mal rein. Ich weiß gar nicht, was hier so war. Ach, diese Blume. Die muss ich auch noch mal wegbringen. Irgendwann. War das eventuell sogar hier, wo ich die hinbringen musste? Das sah mir irgendwie so ein bisschen danach aus. Aber die Gärten der Königin. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass das hier war. Okay, was war das denn für ein Viech? Bin ich hier noch nie gew- Oh, fuck. Das ist ein komplett- Das ist ein komplett neues Gebiet. Aber das wäre auch das, wo ich von da oben reingekommen bin. Oder reingekommen wäre. Nichtsdestotrotz, diese obere Route da, die werde ich jetzt auch noch mal nehmen und gucken, warum ich da letztes Mal nicht weitergekommen bin. Das ist eigentlich ein Grund, warum ich da letztes Mal nicht reingekommen bin. Wahrscheinlich bin ich nur bis hierhin gekommen und auch durch die Säure nicht weiter oder so. So, da ist nochmal ein komplett neues Gebiet. Wer hätte es gedacht. Das müsste dann hier gewesen sein, ne? Genau. Na ja, gut. Wenn man hier ins Wasser reinspringen kann. Und doppelt springen kann, ist das irgendwie noch alles halb so wild. Und ein paar blaue Lebenskügelchen. So. Jetzt kommen wir erstmal gleich hier runter ins Wasser oder hier rüber. Ja, ich kann mich dunkel dran erinnern. Was ich hier letztes Mal irgendwie gewesen bin. Auch hier unten, genau. Hier ging es irgendwie nicht weiter, ne? Dann schauen wir jetzt gleich mal. Obwohl, ne, hier ist... Ach so. Hier geht es auch immer noch... Ach doch, hier komme ich jetzt durch. Okay. Und dann kann ich wahrscheinlich auch das Tor da von der anderen Seite aufmachen. Und dann bin ich wahrscheinlich auch hier in den Gärten der Königen. Oder wie es heißt. Ich wäre allerdings auch schon eher reingekommen, wenn ich gewollt hätte. Also sobald man die Säureresistenz hat, kann man diese Gebiete hier anscheinend weiter erforschen. Überwucherter Hügel. War ich hier drin? Habe ich hier was gemacht? Doch, irgendwie war ich hier gewesen, oder? Oh. Doch, doch. Irgendwas habe ich hier gemacht. War hier nicht auch so ein Traumviech oder so? Habe ich das besiegt? Na, das ist eine geile Schnecke. Ich habe bestimmt auch schon mal im letzten Mal darüber amüsiert. Höre mich. Ja, ich tue mein Bestes. Aber du redest nicht mit mir. Okay, dann kommen wir hier wieder raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Gärten der Königin. Husch. und dann machen wir das auch mal von der anderen Seite auf und hier komme ich jetzt vermutlich da aus wo ich gerade schon auf der anderen Seite in den Garten der Königin rein bin was ist das hier nur irgendeine Höhle kann ich mir ja fast nicht vorstellen so zack oh so und hier bin ich auch gerade reingekommen genau dann schauen wir jetzt mal was die Gärten der Königin hier für uns bereithält das sind Dinger die klappen weg sobald man sie betritt okay wow der lebt immer noch wie lange lebt der denn da oben ist auf jeden Fall ein Ei ein ranziges Dankeschön sind die Gärten der Königin jetzt vielleicht tatsächlich nur dafür da damit ich das Ei hier hinbringen kann okay wer bist du hallo Klo oder Kloth ah winziger Krieger du kommst also auch um deine Kräfte an dem abtrünnigen Stamm zu messen ein tödliches Pack das in der Lichtung lebt eins hätte ich mich eins hätte ich mich von ihm fern gehalten doch hast du mir die Wahrheit gezeigt wir müssen uns unseren Ängsten stellen sonst werden wir von ihnen in die Knie gezwungen falls wir es beide schaffen können wir Geschichten unserer Abenteuer austauschen das würde mich freuen bleib am Leben mein Freund was auch immer du hier drinnen suchst ich bin sicher der Stamm wird unseren wird unser Eindringen nicht willkommen heißen eigentlich wollte ich nochmal mit dir reden beziehungsweise mal meinen Traumnagel an dir ausruieren es ist Zeit ich werde mich der Angst stellen Nola wird stolz sein Autsch Lebenskeim nö der Lebenskeim war es eigentlich nicht wem ich jetzt gerade begegnet bin achso das hatte ich vorhin vorgelesen nachdem ich den Boss besiegt habe naja egal ach komm shit war drauf so hier oben geht es gar nicht raus ah muss ich von oben anscheinend irgendwie machen ach ich habe keine Karte für dieses Gebiet ach keine Karte für ein Gebiet haben ist einfach so lästig okay hier sollte man aufpassen dass man nicht runterfällt aber gut mit Doppelsprung ist das irgendwie alles halb so wild aber auch hier würde mir ein Cornifer sehr gut gefallen okay hatte ich gar nicht so mitgekriegt dass man unten rein kann oh nein oh nein nicht bitte noch so ein Arena Kampf hier oh Leute ernsthaft ach ne so klappt das schon mal gar nicht oh Gott ey nein ey komm nicht noch so eine Arena bitte oh nein und ich starte wieder hier wobei es ist eigentlich gar nicht so weit weg oder naja ein bisschen nichtsdestotrotz eine etwas näher gelegene Bank wäre nicht das schlechteste aber ich habe nichts gesehen auf dem Weg dahin ja ist es denn es lebt immer noch soo tja da frage ich mich ja schon wie groß die Rundreise noch sein wird wenn es da oben noch irgendwie weiter ging ach komm ey das ist doch alles scheiße hier hä waren hier nicht vorhin die Typen what the fuck es kam mir irgendwie vor wie ein Arena Boss Fight oder sonst was aber jetzt war auf einmal doch alles offen hier war auch eine Bank angedeutet und Cornifers Zeugs lag auch da rum hallo Calif und fairer Orthop ist dieser Ort nicht faszinierend so viel zu entdecken wir wollen uns jeden Augenblick auf den Weg machen doch scheinen wir uns nicht auf eine Richtung einigen zu können das hat zu einem rechten Streit zwischen uns geführt wir sollten wirklich aufhören wegen solcher Kleinigkeiten zu zanken links oder rechts welche Richtung ist besser es sollte eigentlich einfach sein doch sind wir uns stets uneins erstmal heilen wer weiß was hier passiert immer noch keine 1500 Sonnenmist Cornifer war hier tut mir leid dass ich dich verpasst habe wenn du dich verlaufen hast warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft in Mistmund jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich Cornifer Mist aber eine Bank soll es dir angeblich auch irgendwo geben Dankeschön ich mach mal mein Portal hier hin oder ich sollte es eigentlich lieber in Mistmund machen ich sollte irgendwann mal nach Mistmund zurückreisen da mein Portal hin machen dann könnte man in die Richtung schneller reisen dennoch das hier war keine Arena oder was das sah so hart wie eine Arena aus hier beim ersten Mal oh ui ui oh ja klar ey können hier bitte noch so ein paar Pflanzen rumstehen die mich einfach mal aus dem Hinterhalt angreifen Klar, hier im letzten Moment gehe ich drauf. So, was hat dieser Hebel bewirkt? Oh. War es hier zu? Ja, ne? Hier war zu. Sieht man denn ungefähr, wo man ist? Ne, auch das nicht. Warum hängt mir gerade das Mikrofon so vor dem Gesicht, dass ich nichts sehe? Ich muss doch irgendwo mal rechts wieder irgendwo rauskommen. Irgendwo, wo ich was kenne, oder? Ich bin nicht so schlecht von der Orientierung her. Station der Könige. Ich hätte jetzt gerne mal die Karte. Dafür müsste ich aber mal Dafür müsste ich aber mal nach Mistmund zurück. Ich muss etwas davon ausprobieren. Stimm. Man ist hier nicht so gut. Wir werden uns nicht so gut muss. Ich habe in der Tatooie einen für mich vor allem an. Ich bin keine Ahnener. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich bin nicht da. Ich bin mir sicher. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht sehr gut verstanden habe. Ich bin sicher. Ich habe auswy даже nicht. Ich habe den Karte, ich bin mir klar. So, was haben wir hier? Schlüssel der Liebe. Oha. Oha. Können wir das erstmal hier draußen irgendwie zu Ende bringen? Danke. Schlüssel der Liebe. Zu lange zusammen. Wir werden eins. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme noch lange nicht nach Mistmund zurück. Betrachten. Der Leichnam eines Moosstreuners, den die Krankheit verzehrt hat. Hell. Juhu. Ich bin irgendwie... Ja, wo genau bin ich? In der Pilzöde, ne? Und auch irgendwie... Ein Wegekreuz Richtung Tiefnest. Jawohl. Jetzt bin ich Richtung Tiefnest einfach mal durchgeplumpst. Kann das wahr sein? Oh Gott, ey. Bin ich hier schon jemals gewesen? Wollte ich hier hin? Explodieren die noch? Leute, Leute. Jetzt bin ich hier voll in der Erkundung, wo ich noch gar nicht hin wollte. Und hier kommen immer mehr Viecher. Voll in der Erkundung, wo ich noch gar nicht hin wollte. Sehr schön. Die Station der Könige ist schon noch ein bisschen weg. Aber jetzt mache ich hier erstmal alles auf. Ja, ich glaube, hier erinnere ich mich aber dunkel dran. Ich habe nur trotzdem keine Orientierung hier. Hm. Oder erinnere ich mich falsch? Bin ich gar nicht so hoch gekommen. Als ich das letzte Mal hier war. So. Hieran erinnere ich mich aber definitiv. Ich glaube, ich bin doch so hoch gekommen. Wandsprung habe ich nämlich schon beherrscht, als ich das letzte Mal hier war. Aber irgendwas anderes nicht. Wenigstens reicht für die jetzt alle ein Schlag. Das finde ich gut. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall noch nach Mistmund zurück. Das ist auch gar nicht so weit, glaube ich. Gehen wir die Karte holen. Und dann schauen wir uns den Garten der Königin das nächste Mal weiter an. So, hier ist auch mal Kornifer gewesen. Doch, ich muss noch weiter hoch. Ich schon. Und da sind wir wieder in der Station. Na, Gott sei Dank. Station der Königin. So, hier unten war hier die Hirschkäferstation. Ich glaube schon. Oder war hier die Bank? Ne, die Bank war oben. Ne, hier war er. Hat sich hier eigentlich mal was getan, Junge? Dieser Ort muss ein großer Knotenpunkt gewesen sein an der Grenze zweier Länder. Nö. Dieser kleine Kreatur sieht schmackhaft aus. Ich frage mich, soll ich sie essen? Die anderen hier waren alle so fade. Ja. Dankeschön. So, dann. Achso, ich kann mich jetzt sogar zurück teleportieren. Dann werden wir ja nächstes Mal wieder richtig schnell da sein. Die beiden unterhalten sich da immer noch. So, Karte bitte. Ja, genau das hätte ich gerne. Besten Dank. Kartograf. Kornifer schläft da oben. Wie geil ist das denn? Dann setze ich mich hier zumindest mal auf die Bank und speichere. Ich gucke mal, ob einer was zu erzählen hat. Bist du müde? Okay, er hat nichts Neues zu erzählen. So. Und dann müssen wir jetzt wieder in den Gärten der Königin sein. Jawohl. Na, das sieht doch mal gut aus. Ähm. Genau, da oben ging es irgendwie nicht weiter. Ey, krass. Wie kommen wir denn dann da noch rein? Naja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne. Bis zum nächsten Mal.